So hallo. Wir machen weiter bei Ice in Repentance. Windstreak minus 38. Ich weiß gar nicht wo das herkommt. Verstehe ich überhaupt nicht. Der Versuch zum dreimillionsten Mal mit Eve in den Bossfasch zu kommen. Ohne dabei. Möglichst viele Probleme. Aber das ist schon wieder ein Scheißraum. Da habe ich schon keine Lust drauf. Wir resetten jetzt bis wir einen Itemraum haben wo was brauchbares drin ist. Das ist auf jeden Fall brauchbar weil das ist einfach ein zusätzlicher Schuss. Da gehe ich jetzt auch gar nicht in den Stachelraum weil wir müssen es ja nicht übertreiben. Versuchen jetzt mal hier schön durchzukommen. Die Tiersrate ist halt noch ein Problem. Das ist klar. Aber an sich ist das schon mal eine ganz gute Geschichte. Ihr könnt euch gerne selber in die Luft sprengen. Da habe ich gar nichts dagegen. Du hast es nicht verstanden wie selber in die Luft sprengen funktioniert. So. Äh wo geht es denn weiter? Da unten ist die Tür. Oh 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 nein. Da ist er kaputt. Da ist er kaputt. Da ist mein Unterstützer schon kaputt. So mach dich weg. Am Anfang muss man erstmal durchhalten. Und dann... Dann kommt der Spaß. Nooo. Schön auch dass wir jetzt vor dem Shop noch schön viel Geld kriegen. Da freue ich mich natürlich. Denn da können wir den Shop gleich besuchen. Und uns ein ganz tolles Item abholen. Nämlich die Kerze. Die hatten wir schon mal. Und die kann durchaus auch alt. Die kann durchaus ganz tolle Dinge tun. Wie zum Beispiel Spinnen freilegen. So. Schnell zum Boss. Und die Kerze ist aber auch genau für solche Geschichten großartig. Wo ich mich das letzte Mal mega beschwert habe. dass wir da keine Möglichkeit haben vernünftig gegen den zu kämpfen. Genau für sowas. Nein. Hätte ich das gewusst. Aber woher soll man es wissen. Genau für sowas haben wir die Kerze. Haben wir eine Bombe? Wir haben keine Bombe. Wir brauchen eine Bombe. Irgendwo noch ein Raum. Nein. Jetzt ist kein Raum mehr übrig. Okay. Wir kriegen keine Bombe. Scheiße. Aber ich bräuchte eine Bombe. Eine Bombe wäre hier äußerst sinnvoll. Das Gute ist, mein Kollege, der kann immerhin nicht getroffen werden. So. Leider keine Bombe bekommen, wie ich mir das gehofft hätte. Aber kann man halt nichts dran ändern. Gefährlicher Raum. Muss ich aufpassen. Ich wollte die Kerze. Jetzt kriege ich natürlich als erstes eine Bombe. Das ist, das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Genau so kennen und lieben wir Isaac. Genau so. Okay. Okay. Ich muss die Feuer wegen Herz und so. Ich muss da ran. Hilft nix. Oh, Junge. Ich mag diesen Raum immer nicht, aber ist okay. Sehr schön. Das Feuer ist halt auch eine sehr gute Geschichte für Schnellsbesiegen. Ne? Muss man gar nicht drüber reden. Definitiv sehr praktisch. Sehr gut. Aber was mir halt noch definitiv fehlt, ist ein schönes Tiersup. Vielleicht die Möglichkeit, ein paar mehr Viecher zu generieren. Auch das jetzt ziemlich gut, weil die ziemlich viel Schaden machen, hier die Feuer, bei dem. Da hat er überhaupt keine Lust drauf, auf das Feuer. Wir hingegen umso mehr. Bitte trotzdem den Satan-Deal. Auch wenn ich Kacke gebaut habe. Ja, scheiße. So. Okay. Wir gehen direkt weiter. Wir gehen direkt weiter. Okay. Zeit ist nämlich jetzt ziemlich gut. Auch hierfür das Feuer sehr praktisch. Sollen wir es riskieren? Ja, komm. Alles klar. Nope. Nope. Nicht mein, nicht mein, äh, Dings. Nicht, was ich suche. Aber soll man zumindest schön schnell geklärt, was wir nicht wollen? Ist doch auch gut. Na, lass mir meine Viecher, bitte. Okay. Hm. Sehr schön. Vielleicht gleich mal Herzen rausholen oder so. Muss jetzt sehr, 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 sehr schön aufpassen und immer die Flamme gleich einsetzen. Gleich hier gucken, ob irgendwas brauchbares da ist. Okay, Bombe. Hier ist direkt mein Bossraum. Shop oder so lohnt sich jetzt auch nicht weiter. Komm, Abflug. Oh je. Er wird Probleme machen, ob ich will oder nicht. Weil der immer Probleme macht, ob ich will oder nicht. Ja, brenne, 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 brenne. Ah, shit. Einmal noch mit dem Feuer rein. Nein! Springt er da rüber. Aber das war's. Okay, Satan-Deal haben wir. Übrige Herzen haben wir auch. So. Okay, weiter im Programm. Ja, gut. Nicht gut. Zum Glück war das kein Rothherzschaden. Zum Glück war das kein Rothherzschaden. Ich kann mit dem Feuer echt gut kompensieren, den ganzen Scheiß hier. Sehr schön. Nicht so schön. Oh, ich hab daneben, das gibt's doch nicht. Ist das dein Ernst? Okay. Ist hier ein... Nee, nix brauchbares im Moment. Aktuell, wobei, ganz kurz den Haufen hier. Vielleicht ist dein Herz drin. Okay, dann gleich weiter. Oh boy. Blöder Raum. Ganz blöder Raum. Bitte nicht hier großartige Probleme bekommen. Okay, sehr schön. Weiter. Einfach raus. Kompletter Weg war nutzlos. Macht nix. Weiter geht's. Äh... Ja, dafür öpfern wir mal eine Bombe. Im besten Fall kommen da wieder Bomben. Perfekt. Raus. Und dann können wir jetzt nämlich hier... Wobei, können wir nicht. Komme ich denn an die Kiste? Doch, ich komme an die Kiste. Oder? Müsste schon funktionieren. Nein! Oh Gott, ja. Ich dachte erst, ich hab's verkackt, weil die so hoch geschoben wurde. Aber es ging zum Glück alles gut. Zeit völlig in Ordnung. So, wir gehen nach oben weiter. Auch das wieder... Ein Raum, wo die Flamme sich sehr praktisch erweisen wird. Solange ich noch nicht viele Viecher einsetzen kann, ist das ein sehr gutes Backup. Für Eve. Sehr, sehr schön. Ich setz erst wieder Viecher ein, wenn ich die Möglichkeit habe, Herzen zu generieren. Oh, ganz gefährlicher Raum. Schön viel Feuer hier gleich machen. Dass wir hier ganz viel... Ganz viel Stress loswerden. Aber der Raum dauert jetzt. Oh, da ist was Schönes. Da können wir gleich ganz viele Viecher generieren. Da sehe ich mich doch schon. Und ab dafür. So. Insofern war der Weg eigentlich... Oh mein Gott! Eigentlich nutzlos. Aber dadurch, dass wir da den... den Rainbow Poop hatten, dann doch wieder nicht. Okay, da ist mein Itemraum. Und ihr macht alle schönen Abflug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dankeschön. Finde ich gut. Ja, das nehmen wir doch direkt mit. Okay. Ganz kurz. Trinket technisch. Wir haben bisher kein einziges. Insofern können wir mal gucken. Alles klar. Speed-Up ist auch nützlich. Denn dann kommen wir schneller voran. So. Jetzt wäre es nur schön, den Boss-Weg zu finden. Denn so langsam kommen wir in... Oh, nice, 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 nice. Den habe ich letztens verschmäht, den Brainworm. Das war nicht so klug. So. Okay, perfekt. Nicht so perfekt. Aber muss man mitleben können. Okay, da komme ich auch gut durch. Hier problemlos. Jetzt kann man auch wieder den Shop besuchen. Äh, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Aktion war. Ähm, die goldene Karte, die gibt mir diese Möglichkeit, in diesen anderen Shop zu gehen. War das richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, diese goldene Karte gibt mir dieses andere Shop-Dingens. Äh, wo ist es denn? Oh, ich weiß vielleicht nicht, wo das ist, ne? Ach, da oben. Member-Karte, genau, 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 genau. Aber ich habe halt jetzt nicht so viel ge... Ah, aber... Hm. Wir können ja mal gucken, wie viel Geld wir zusammenbekommen hier. Bruder. Okay, jetzt können wir uns die Member-Karte leisten, aber wir haben halt kein Geld für den Teil da unten jetzt. Das ist das Problem. Hier ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, muss ich unbedingt kaufen. Was ich aber unbedingt kaufen muss, ist einmal das Herz. Ja, was heißt einmal das Herz? Das ist das Herz. So. Okay. Und dann haben wir hier auch schon unseren Bosskampf. Sollten jetzt uns nur merken, es wäre durchaus sinnvoll, schön viel Geld zu sparen, denn dann kommen wir in die Member-Abteilung gut rein. Okay. Oh, du bist auch sehr praktisch für mein Feuer, weil du ziemlich lange ziemlich einfach rumstehst und damit das Feuer einfach in dich aufsaugst. so wie das hier. Das machst du sehr gut. Mach das bitte weiter. Dankeschön. Gib mir einen Engelraum. Das ist kein Engelraum. Aber es ist sehr in Ordnung, denn es ist ein HP. Okay. Weiter. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich wollte auf Tab drücken, um die Karte aufzumachen. Ich wollte mich nicht teleportieren. Rip. Stars. Ich wollte auf Tab drücken, das ist direkt neben Kuh. Schaut auf eure Tastatur. Tab ist direkt. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht gut. Fünf Minuten. Ja, jetzt hätte ich gerne Stars gehabt. Aber das musste ich mir ja direkt versauen. Okay. Äh, hier ist nichts weiter Spannendes. Also wir müssen jetzt auch, so ärgerlich das ist, wenn wir jetzt erst den Bossraum finden, wir müssen direkt durch den Bossraum. Item Raum können wir jetzt nicht erst suchen, wenn wir ihn zufällig auf dem Weg finden. Dann ist das voll okay. Der Raum dauert jetzt wieder ewig. Einfach nach oben weiter. Es geht hier immer noch weiter. Ich habe keine Zeit hier für solche Räumen. Ich könnte mich durchsprengen, dafür ist es mir noch ein bisschen zu bald. Ich habe zu, äh, nicht zu bald, dafür habe ich zu wenig Bomben. Für diese Taktik. So. Noch geht der Raum. Wir haben andere, größere Räume vielleicht noch vor uns, wo wir uns dann eher durchsprengen müssen. Vorsichtig, gefährlicher Raum. Shit. Knochenherz hat einen Abflug gemacht. Engel-Deal macht einen Abflug. Langer, langer Raum. Shop nützt mir jetzt nichts mehr, wir haben keine Zeit dafür. Das war nicht so gut. Jetzt werde ich unkonzentriert. Aber ich sehe wieder mal, die Flamme ist durchaus sehr, sehr nützlich. Das haben wir auf jeden Fall in dem One. Oh, und es geht nicht weiter hier. Scheibenhonig. Es geht hier nicht weiter. Ah, Mann. Hier geht es auch nicht weiter. Das war nicht so gut. Okay. 16 Minuten. Das ist nicht, das ist nicht gut. Warum das der ganze Weg hier schaise war, ist erst recht nicht gut. Dann haben wir noch einen ganz langen Weg vor uns. Das ist nicht gut, dass wir einen langen Weg noch vor uns haben. Wir haben nicht die Zeit für einen langen Weg. Shit. Der ist da oben. Oh, okay. Das war ein Versuch. Das war die Hoffnung, dass man schneller als da unten ankommt, wo ich hin will. Aber das hat nicht funktioniert. Schade. So, das ist jetzt ein zu großer Raum. Da springen wir uns nicht durch, weil der auch falsch ist. Auch dieser Weg ist scheiße. Dann springen wir uns wieder raus. Zumindest das können wir tun. Und gehen da nicht mehr hin. Hätte nicht gedacht, dass wir jetzt zeitlich doch noch Probleme bekommen. Aber das es fing eigentlich an mit meinem Teleportations-Fail. Der hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Mein Teleportations-Fail hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. War nicht so schön. War nicht so schön, dass mir das passiert ist. Aber ich kann es nicht ändern. Okay. Ah, shit. Okay. Was sonst? Der Teleportations-Fail war leider sehr ärgerlich. Vielleicht ist die Bombe nachher die Quintessenz. Wir werden sehen. Vielleicht sollte ich auch Tab und Pur woanders hin... Oh mein Gott, ein Tier ist ab direkt zu Beginn. Sehr schön. Vielleicht sollte ich dann einmal kurz sicherheitshalber den hier wieder zurücksetzen, dass wir noch Energie haben. Oh mein Gott. Das ist durchaus wünschenswert. sage ich mal. Ich wollte eigentlich nur eins. Ja, scheiße. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder die Kacke hier. War mal zu mir, Kollege. Okay. Okay. Sehr gut. Zwei kann ich setzen Da ist mein Bossfight Wo wir hoffentlich, hoffentlich mehr Möglichkeit für Herzen bekommen Oh, yes Auch das ist sehr gut Ach nee, das war der Falsche Ich hab gedacht, das ist Dings Ah ja, sorry, war wieder dumm Ich hab gedacht, dass es Dings ist Äh, Justice Hab ich natürlich stabil verwechselt Ich denke, ich kann den dritten nehmen Ich denke, ich werde jetzt hier nicht getroffen Dann mach ich mehr Schaden Sehr schön Nice Und gleich weiter Okay Eins Zwei Ich hoffe, das reicht erst mal Nicht hängen bleiben Nicht Gegner mitnehmen So ist gut Oh, Bücherei Bücherei Wir haben noch kein Spacefighter Da sollte doch auf jeden Fall Was für uns dabei sein Schlechte Bücherei Ist irgendeins wertvoll genug Dass ich durch die Stacheln gehe Wenn ich fliegen könnte Würde ich hier einmal alles abwurscht Wir haben Nee 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 Waren alle mit Stacheln Ich geb nochmal kurz rein Ja, alle mit Stacheln Scheiße Schade Oh mein Gott Ähm Ich hab keine Zeit Ich hab keine Zeit Ich hab keine Zeit Ich hab keine Zeit dahin Zurückzukehren Insofern Legen wir ihn einfach um Dann ist er Oh mein Gott Was ist denn Was ist denn heute los Mit diesen Itemgeschichten So, zack Auch jetzt nicht Nonplusultra Aber auf jeden Fall Okay Als Begleiter Sie kann da so ein bisschen Durch die Gegner Sausen Hoffentlich was Gutes Nicht schlimm Ähm Shop nützt mir grad nicht so viel Wir gehen einfach direkt weiter Und versuchen alles mitzunehmen Ich hab's zu bald eingesetzt Eingesammelt Aber ist okay Oh mein Gott Ja Ja schön Bisschen Zeit haben wir noch Für das Feuer Bisschen Zeit haben wir noch Das ist grad so in Ordnung Na Kriegen wir grad so hin Okay und jetzt Ah siehste Die Münze nehmen wir noch mit Oh boy Das ist jetzt nicht so geil Ja schön hier hoch Schön hier hoch Schön hier hochkommen Schön hier hochkommen Ja Sehr gut Sehr gut Sehr gut Prima Ein schönes Tiersab Nehmen wir mit Das ist sehr wichtig Und sehr praktisch Und dann gleich Weiter Okay Labyrinth Labyrinth Sehr praktisch Denn so kommen wir Recht fix hier durch Oh mein Gott Ich mach den Raum nicht Ich werde mich in der Stachel verhangen Wenn ich jetzt nicht aufpasse Oh das war knapp Das war tatsächlich leider knapp Meine Güte Childs hat sehr praktisch Leerer Raum Sehr praktisch Boss Raum Wirst du mich veralbert Das ist nicht Oh mein Gott Wir könnten direkt raus Aber ich meine Zwei Itemräume Überlassen wir dann hier Lassen wir dann hier liegen Ne das kann ich nicht Ich kann ja nicht Zwei Itemräume liegen lassen Oh Gott Das wird Das wird Das wird jetzt wieder Oh ne Das wird jetzt wieder Am Ende meine Entscheidung Die ich bereuen werde Scheiße Oh was mach ich hier Aber wir könnten Also wir könnten jetzt Mit fünf Minuten Könnten wir schon Im Depth sein Das ist eh zu bald Also ein bisschen Zeit Habe ich schon Um Itemräume zu gucken Ne Ein bisschen Zeit Habe ich schon Okay der Raum müsste Eigentlich auch recht schnell gehen Mit unserer Geschichte Die wir hier haben Ja Langsam werdet ihr interessanter Ey was ist das hier für ne Wie viele Wege gibt es hier Aber ich kann halt jederzeit Zum Bossraum zurücklaufen Das ist wichtig Gleich alles kaputt Sehr schön So schnell So lange ich da schnell durchkommen Ist alles okay Da ist mein erster Itemraum Du bist es hoffentlich wert Dass ich Ich gesucht habe Du bist es wert Dass ich dich gesucht habe Problem ist nur ein bisschen Ich glaube der lädt sich Ah doch er lädt sich schnell genug auf Bevor ich äh Ja der lädt sich schneller auf Als ich Dings mache Oh Sehr angenehm Das war nicht so gut Das war nicht ganz so gut Da haben wir erstmal ganz viele Viecher verloren Und es war insgesamt auch einfach scheiße Gespielt Wo sind die Gegner Da kommen sie an Kommt mal runter Kollegen Ja schön alle in der luft explodieren Weil dann kommt die scheiße Dann kommt die spinne nicht mit raus Ah hier ist er Muss jetzt darf jetzt immer muss jetzt immer richtig gucken Wer ich nicht gerade auslöse ich glaube wir gehen zum boss oder Ich denke wir gehen zum boss Zweite Itemraum werden wir jetzt nicht auf die schnelle finden Ist in Ordnung akzeptiere ich Wir gehen zum boss Weil wir sind schon jetzt langsam bei sieben minuten Wir kriegen ja zwei Items beim boss Sollte passen Wir müssen es jetzt nicht übertreiben Den Kollegen den ich da geschenkt bekommen habe Der ist schon praktisch genug Erstmal So Nummer eins ist weg Bisschen Bomben Gefährliche Bombe mit dabei Sehr schön Sehr schön Der ist halt sofort kaputt Da habe ich jetzt nicht getroffen Vorsichtig jetzt Ah ich treffe nicht Wir gehen direkt raus Wir sind jetzt bei neun minuten Ich gebe einem raum noch eine chance Und zwar dem großen raum hier unter mir Dem gebe ich noch eine chance Dass er mich zum Glück führen will Okay der führt mich zu nem Curseroom Auch den können wir machen Auch den können wir machen Wir haben genug Herzen Den machen wir kurz Den nehmen wir kurz mit Ist egal Okay Den nehmen wir kurz mit Das war doch okay Das war doch okay So Ja und die anderen Räume Keine Chance Ja okay Jetzt haben wir eh keine Map mehr Dann ist es Damit besiegelt Unser Abenteuer hier Okay Zehn Minuten Zwei Ebenen Aus Wir kriegen nochmal XL Kriegen wir nicht Den machen wir jetzt aber nicht sofort Den mache ich erst wenn ich Äh sollte ich noch Ne den machen wir wahrscheinlich gar nicht Das mit dem Böhmson ist ein bisschen schwierig Weil man den nicht ganz so gut Positionieren kann Na so aber Er ist auf jeden Fall ein guter Unterstützer Ja wenn ich jetzt eh zurücklaufe Kann ich den auch mitnehmen Macht gleich einen Abflug Bitteschön Dankeschön Schnell da hoch Also nicht so schnell Weil sonst Stachel Itemraum Und hoffentlich geht es ja auch weiter Zum Bossraum Ja teilweise denke ich nicht an ihn Weil ich halt wieder Meine Meine Tab Variante gelandet bin Ich weiß nicht warum ich die jetzt kaputt mache Wahrscheinlich weil ich es kann Okay Wir gehen mal nach da weiter Ähm Wir gehen einmal außenrum Ich muss jetzt böse aufpassen Shit Ich will im Moment noch keine neuen erstellen Weil ich glaube dass die mir direkt weggeführt werden Wir versuchen den Raum jetzt erstmal mit dem Böhmson Guide zu machen Sehr schön Okay jetzt kann man auch in den Shop kurz rein Äh Die goldene Kiste Die goldene Kiste Was machst du denn Was machst du denn Box of Friends Double your friends Ja sehr gut Sehr gut Sehr gut Für Bosse sehr schön Wegen dem Brimstone Guy Machen wir Nehmen wir mit Nehmen wir mit Ist in Ordnung Und dann vielleicht auch noch Ja das blaue Herz Perfekt Okay Dann geht's nach oben weiter Ich erstelle mal kurz ein paar Viecher Dass wir auch gleich wieder richtig kämpfen können Ja Bossraum Ah shit Oh mein Gott Der hat mich ein bisschen überrascht Hab kein Glück in letzter Zeit mit den Räumen Na das ist einfach Ist einfach kacke Okay was soll's So Nein nicht ihr Nicht ihn Hier unten Hier unten Hier unten Müsst ihr hin Genau da müsst ihr hin So ist gut Und jetzt ihn Jetzt geht er auch schön schnell weg Prima Ah und die Plumfer Doppelt sich dabei auch Das ist ja sehr gut Das wird vor allem dann für den Boss Wasch eine schöne Geschichte Wir müssen nur bis dahin kommen Wir müssen nur bis dahin kommen Ich hab noch ein bisschen Bedenken Weil ich mich kenne So Äh Ring oder das Puh Der Ring wird Ich würde den Ring Oder Ich würde den Ring Ah schwierig Ja Das sind jetzt wieder so Das ist jetzt wieder so eine Wahl Der kann Genau Genau Der kann halt Bullets reflektieren auch Ja Ne Ich würde den Ring Ich würde den Ring bevorzugen Und dann probieren wir natürlich noch hier Die beiden Blauen Herzen Nein Dann lassen wir es Okay Zeit Wir müssen uns Wir müssen uns ein bisschen beeilen Wir müssen uns ein bisschen beeilen Okay wir müssen trotzdem ganz kurz hier reingehen Nichts brauchbares Scheiße Scheiße Okay Let's go Das ist so frech Jetzt brauche ich noch nicht mehr Komm weiter Ja mit dem zu treffen Ja mit dem zu treffen ist echt nicht so einfach Muss ich leider gestehen Da ist es doch noch im Moment besser mit meinen Viechern anzugreifen Deswegen generiere ich mal kurz ein paar mehr Hier geht es nicht weiter Schlecht Hier gibt es Pins Auch schlecht Vielleicht darf ich meine Energie nicht übertreiben Ich muss Muss ein bisschen auch noch drauf gucken Wir gehen nach unten weiter Wir gehen nach unten weiter Den können wir nicht nutzen Viel zu riskant Ganz gefährlich wie ich hier laufe Aber hat sich gerade so ausbezahlt Wir gehen weiter nach unten weiter Itemraum Sehr schön dass wir den als erstes finden Dann habe ich nämlich keine Ausrede Dass ich ihn noch suchen muss Du Gehst weg Yo Das ist jetzt auch noch mal verdoppelung Dann der wird dann auch noch mal verdoppelt Das ist sehr sehr praktisch Jetzt müssen wir aber ganz schnell zum boss kommen Soll der mal erledigen Soll der mal erledigen Sehr schön denn ist hier Ruhe Kein komischer Stein Schade Ich denke aber schon dass wir hier Oh mein Gott das war knapp Ich denke aber schon dass wir hier Richtung boss kommen Ich würde nur gerne noch ein bisschen Energie mitnehmen ehrlich gesagt Oh Gott Okay schnell durchrennen Bin super langsam Fuck Okay wir müssen im Shop noch Energie aufsammeln Das ist eine gute Karte Oh mein Gott ja Das war jetzt super viel Glück Zeit Ist okay Zeit ist voll okay Kann mich wieder beruhigen Ich kann mich wieder beruhigen Denn hier oben wird ziemlich sicher dann der Boss Auf uns warten Ja Sehr schön Wir kommen damit fast voller Energie Mit fast voller Energie kommen wir zum Boss wasch Gut zum Boss wasch sind wir noch nicht jetzt aber fast Ich kann sogar noch kurz gucken ob ich hier den Geheimraum finde Der mir vielleicht Gut das lässt sich jetzt halt nicht mehr auslösen Das ist ein bisschen ärgerlich Da könnte ich eher ein Weißes Teil draus machen was dann äh Sacred Heart Schuss macht Sovon machen wir das Aber ich kann es eh nicht auslösen Ich bin tot! Ah Hallo spiel what the fuck hat gelag Ihr habt es alle gesehen, das Spiel hat geleckt Okay, äh, Damage Ein Herz, es ist jetzt nicht so viel Herzen Ich hätte mir mehr erhofft, aber kann ich nicht ändern Oh, und was nehmen wir denn jetzt hier mit? Das ist jetzt alles nicht so Das ist leider alles nicht so stabil Ich hab auf was Schöneres gehofft, muss ich ja gestehen Wahrscheinlich ist das Dimensionsviech am besten, ne? Weil den verdoppeln wir dann ja auch noch Der Sack nützt mir nicht so viel Das ist, glaub ich, der Irgendein Sack ist es, lass mich kurz gucken Ja, Mister, wie ich sag Follows Isaac, drops a random hard coin Every 5 oder 6 rooms Ja, das nützt mir gar nix Ne, 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 ne Die Bombe nützt mir auch nix Der Gameboy nützt mir auch nix Na, ich muss schon das hier nehmen Dann hoffen, dass wir da gut durchkommen Oh, der Weise ist noch nicht kaputt gegangen Vorhin sogar, interessant Jetzt kann ich verdoppeln Jetzt geht's los Muss nur erst auf die Energie achten Ich muss ein bisschen auf meine Energie achten Dass ich da nicht, ne? Schöne gucken, ob irgendwo Herzen liegen werden Dann können wir bald wieder die nächste Verdoppelung anlegen Und dann erledigen nämlich am Ende Wenn ich Glück habe Das läuft ein bisschen, wie ich mir das vorstelle Dann erledigen am Ende die Plums hier alles von selbst Das wäre sehr wünschenswert Ich versuche einfach nur Schön auf Distanz zu bleiben Und mich nicht treffen zu lassen Das ist im Prinzip alles, was ich tue Ich versuche die Herzen nicht zu aktivieren Stattdessen versuche ich Herzen einzusammeln Und schön zu verdoppeln, sobald ich kann Scheiße Schön verdoppeln, sobald ich kann Und dann haben wir immer mehr und mehr und mehr und mehr Schöne Oh mein Gott, der ist in mir gespawnt Aber zum Glück hat's ihn erwischt Da ist mein Herz Das brauch ich Nein Brauch Herzen Oh Gott Der macht halt ein ganzes Herzschaden Wenn der in mich reinrasselt Wow, das war knapp Okay, mach dich weg, Kollege Brauch weiter ein Herzen Scheiße Oh Gott Lieber leider kein Herzen, die hier rumliegen Das ist schlecht Ich pfefe einfach irgendwo hin mein Brimstone Irgendwo, es wird schon treffen Die Plumps werden auch schon irgendwas machen Das Problem ist halt Wir werden noch Gegner bekommen Die relativ easy treffen können Das ist jetzt wirklich Teamarbeit hier Mein Gott Brauch wieder irgendein Herz Liegt irgendwo ein Herz? Da liegt nirgends Da liegt eins Oh mein Gott Nein, ich setz die Ah Ich muss böse Ah, ich hab die Ich hab die gar nicht verloren Ich dachte, ich werde immer getroffen Ich leg die Weil ich Weil ich Dings mache Okay, da muss ich drauf achten Dass ich die nicht lege Dass ich immer schön zum Torium mache Und die zurückhole Dass ich nur den Brimstone-Effekt kurz einsetze Und nicht mein Herz lege Lass mich in Ruhe Da lag irgendwo ein Herz Da müssen wir gleich hinlaufen Irgendwo da in der Mitte Ich kann auf die Art und Weise auch die ganzen Engel gar nicht so geil nutzen Weil ich halt kaum schieße Weil ich halt kaum schieße Das ist ein bisschen problematisch Aber ich denke, dass die auch schon selbst schon relativ viel schießen werden Wow, shit Das wollte ich nicht Nein Scheiße Did we do it? Oh mein Gott We did it Oh mein Gott Ja, die sind jetzt leider alle dann wieder weg Aber ich kann sich ändern Äh Hasch wird ein bisschen knapp Aber wir haben den Boss Wasch Wir haben den Boss Wasch Das ist sehr gut Oh mein Gott Ey, endlich Oh Gott Was ist das denn hier jetzt hier Wieder für eine Kacke Ey, endlich diesen Boss Wasch Das war so kritisch Ich denke nicht, dass wir jetzt weiterkommen Aber hey Scheiß drauf Lol Das ist ja unglaublich Okay Ja, dann gehen wir in den Boss rein Vor der Energie Ab dafür Ich schieße normal Ich versuche es mal so zu machen Und mit Wimstone Aber ohne halt meine Viecher Meine Herzen zu auszulösen Speedball Speedball Ab dafür Vier Minuten Vier Minuten Vier Minuten, um sie zu finden Vier Minuten, um das Herz zu finden Ja Ne, keine Zeit Für irgendwas hier Sehr gut Sehr gut Ah, hier geht's nicht weiter Nicht so gut Oh boy Oh boy Death Die geht's nicht weiter Schlechter Weg Aber wir haben Bomben Aber wir haben Bomben, guter Weg Schlechter Weg Nicht gut Hier getroffen zu werden Im Teil nützt mir nützt mir nützt mir nix Aber jetzt kann ich nach unten abkürzen Kann ich nicht Okay Dann war es überhaupt nicht nützlich Ärgerlich Aber muss ich mit leben Hier geht's auch nicht weiter Schlechter Weg Ich wollte death nicht einsetzen Ich wollte auf tab drücken Ich hab's in der Aufnahmesession mit verdrücken Muss ich gestehen Immer wenn ich tab drücken will, um zu gucken Drücke ich irgendwas anderes Entweder drücke ich Q Oder ich drücke Ne, es war beides mal Q Stimmt, es war beides mal Q Es war beides mal Q Es war einmal die Star-Karte Und jetzt war es death Scheiße Nein, ich gehe alle Wege, die ich nicht brauche Mann Das ist doch nicht wahr Duut Alter, das ist dieses scheiß Ding, ne? Viel zu Es wird zu knapp Nicht, dass ich jetzt noch wirklich die Zielsetzung hätte, aber Oh shit Das war ein Treffer, den ich jetzt so nicht wollte Ich wollte eigentlich mein Herz generieren Danke Es wird trotzdem insgesamt zu knapp Ja, jetzt sind wir hier beim Boss, aber Ja, wie soll ich das mit einem Herz schaffen? Keine Chance Ja, ist okay Ist aber okay Wir haben Oh, wir haben Dings Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht Ja, okay Jetzt ist es okay Ich bin zufrieden Wir haben Bossfrasch Wir haben Bossfrasch Alles gut Oh mein Gott, danke fürs Zuschauen Hassfrasch Er hat mir gerade gesehen Wir waren ja fast da Wir waren fast da Das hätte tatsächlich noch klappen können Aber, na gut Ist in Ordnung so Ist in Ordnung so Hauptsache Bossfrasch ist weg erstmal Der hat mich genug Nerven gekostet Meine Fresse Danke fürs Zuschauen Und tschüss Ihr habt noch nicht einen einzigen Part von Bossfrasch gesehen Jetzt kommen jetzt fünf Parts auf euch zu Die drei ersten Failparts Dann der vierte, der die Zusammenfassung ist Von drei weiteren Failparts Äh, vier weiteren Failparts Ich hab sieben Ich hab sieben Failparts am Bossfrasch aufgenommen Mein Gott Aber wie gesagt Vier davon sind Zusammenfassung Wahnsinn Tschüss